Hallo Leute, ich brauche den Mario Kart. Ah, da ist die Maus. Das ist nur doof, weil das Kassel jetzt da steht. Mal auf die V. Mal spielen Mario Kart. Boah, jetzt ist das die ganze Zeit wieder... Oh jetzt. Ich hoffe, man sieht den ganzen Fernseher. Ja. Das ist halt schon so, ich hoffe, ich kann Schett spülen wegen dem Kastel. Vielleicht nicht, damit ich dich halt ein bisschen weiter weg oder zurück oder so. Ich nehme einfach das. Oder sag ich das? Ich nehme mein Profil. Schaltfahrt. Versusrennen. Ich nehme das Versurennen. Versusrennen. Ich habe schon nicht ganz Lust Mario Kart zu spielen. Ich muss mich sowieso auf den Fernseher konzentrieren. Ich kann nicht nach der Hände schauen. Entherritte hätte ich mir das Problem, dass ich auf dem Fernseher bin schon mit dem Fernseher. Okay. Okay. Auf jeden Fall geht's mit dem Fernseher. Okay. 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 ... ... ... ... ... Aber ich glaube... Au! Also, du wutest, du wutest, du wutest, du wutest, du wutest, du wutest. Au! 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 Das ist die Runde. Das ist die Runde. Jetzt spielen wir das mal durch, ich weiß ja nicht ob ich das noch länger mache. Dass ich dazwischen einfach stopfen muss wenn wir essen gehen. Wo ist die Piste? Vier sind das, vier Rennen. Und damit schauen wir, wer gewonnen hat. Das ist die Runde. Das ist die Runde. Das ist die Runde. Ernst. Zeigelt halt mal was, was ich auch kann. So, geht doch. Geht doch. Wer rutscht denn bitte auf Bananen oder was? Das ist ja auch wirklich... Das ist voll unnötig. Aber welcher Mensch fällt in dieser Kastel rein? Ja, das ist ganz roten. Fragezeichen. Und vielleicht einer der was uns noch nicht so kennt. Geht doch. Naja, mei, ist nicht abgeschossen worden. Einmal wer ist, technisch, schaust wird. Ja,ues. Wer das ist, was schlimmes passiert, weil ich erst ein ziehe. Marius ganz hinten. Ja, geschafft. Nächstes Rennen. Boah das macht so Spaß. Marius Pistel. So jetzt zeige ich dir mal was ich alles kann. Jetzt kann man anfangen. Wir werden möglichst schon wieder alle überholen. Naja so ein bisschen mich alle. Nächstes das erste. Das sind nur 2 Wochen abonnierten. Teamrennen mag ich gar nicht so gerne. Weil ich hab immer das schlechteste Team meistens. Ach mein Gott. Ich hab Absicht. Ja. Ich hab Absicht. Ich geh rein ernst. Nicht ernsthaft dein Ernst. Naja das ist aber noch drin. Das ist jetzt der Unseilung. Ich kann auch die Dunkelgerochen. Und zwar so. Geht doch. Oh mein Gott. Jetzt bin ich gleich am Ziel. Du kommst am Nachmittag drauf. Kannst du dich filmen? Ja. Okay. Gibst du den noch nicht essen? Nein. Okay. Okay das war nur meine Mama. Ich bin wieder erster. Nächstes Rennen. Nächstes Rennen. Ich glaub das ist jetzt das vorletzte. Ja das ist das letzte Rennen. Ja das ist das letzte Rennen. nicht mehr. Nein ich merk das er dann. Wenigstens zweiter oder dritter erster Musikersicht sein. Weil so viel verlieren kann ich nimmer. Dieser Dunkey Kong ist einfach zu gut. Es legt immer ein bisschen Dunkey Kong. Weil ich spiel danach noch einfach natürlich noch weiter. Mario Kart ist heutzutage echt geliebt. Ich weiß nicht ob ich nicht geliebt ist aber gut. Nein, 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 nein. Okay, alles klar. Als ob diese Schichtgründe auch die Richtung die ganze Zeit gewechselt hat. Nur dass sie mich erwischt. Natürlich sind neuere Mario Kart, die Mario Kart 8 und so beliebt. Aber das habe ich natürlich nicht. Vielleicht zu Weihnachten. Und dass ich nach Weihnachten vielleicht zu Weihnachten das Mario Kart 8 kriege. Und dass wir dann Mario Kart 8 spielen können. Ich habe noch kein einziges Mal eine Kuh angefahren. Ich habe noch kein einziges Mal eine Kuh angefahren. Ich glaube ich gewinne. Ich glaube ich gewinne. Fertig! Schon wieder erster Platz. Was ist los? Okay. Weiter. Okay, das war's auch da mit dem Video, oder? Die Video-Werbung. Ernsthaft, das stimmt, war ja klar, dass es umgekunftswert und Mario dritte ist. Aber ich bin erst da. Okay, das war's auch mit dem Video. Dann werde ich mal sagen Tschüss! Tschüss! tschüss!